Willkommen zu der nächsten Folge von Wir gewinnen ganz Gomme wieder mit Ulrike Bettmann. Guten Morgen. Wie selbst so Hörnies wie Jan inzwischen schon hätten feststellen können, wenn der meine Videos guckt, sind wir gerade Skywars, haben wir uns als nächstes Spielnobes für entschieden, weil das wahrscheinlich immer noch das entspannteste ist von dem, was noch kommt. Weil wir beide außerhalb von Bad Wars jetzt nicht mehr so gut sind. Trifft das zu, Tim? Okay. Ja, Cookies wird auch noch. Ja, Cookies wird easy. Cookies wird, glaube ich, mit der einfachste Spielmodus, würde ich mal schätzen. Okay. Also das werdet ihr dann in der Zukunft irgendwann sehen. Am Btw, ich feierte gerade schon in der Mitte. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich tot bin. Also sage ich es einfach nicht. Also ganz kurz, ich will nochmal anmerken, auch wenn du die Runde jetzt gewinnst, zählt das trotzdem nicht, weil ich die Runde immer gewinnen muss am Ende. Achtung, ein Dude kommt zu dir. Achtung, bevor die fällt runter. Und damit hat Tim die Runde gewonnen. Nein, doch. Aber ich muss die Runde ja gewinnen. Also ich muss am Ende der Runde am Leben sein. Na, Bro, was geht's mit so? Also, nächste Map habe ich echt geil ausgesucht. Die werden wir am Leben nicht gewinnen, wir können eigentlich nicht gewinnen. Ah, doch. Ich glaube, ich habe null Wins auf die Summe. Na, Gold, besser als nichts. Aber nichts ist immer noch besser als Leder, oder? Und wenn man es genauer nimmt, ist alles besser als Jan. Ah, ich finde, das geht immer noch zu weit, was er gemacht hat. Bist du down, oder bist du down? Fuck, ich wollte die RPS noch verwerfen. Noch lebe ich. Das ist der legendäre Safe. Von dem legendären Ulrike Bethmann. Ich habe nichts zu futtern. Und er ist Feuerwehrmann. Woher weißt du, was für ein Beruf der Typ macht? Let's go. Ey, Alter. Sorry, nein. Das ist einfach nur lächerlich. Ich kann sich daran erinnern, wir haben mal irgendwann mit Max eine halbe Stunde oder sowas aufgenommen. Sky Wars, wir haben keiner als die Runde gewonnen. Muss ich eigentlich auch noch irgendwann schneiden. Ich bin irgendwie manchmal echt unmotiviert, wenn ich was schneiden will und schon sehe, dass die Aufnahme drei Tage lang ist. Also, wenn irgendwer Bock hat, sich bei mir als Cutter zu bewerben. Achtung. Ach, meine Fresse. Ach, Schutz. Ich bin tot. Ich glaube, Brian hat in seiner Aufnahme allerdings First Try gewonnen. Brian. Das ist aber auch Brian. 24 Minuten sind 24 Minuten, Digga. Also, ich bin optimistisch. Vielleicht fange ich sogar noch dieses Jahr mit dem Amerika-Vlog an. Vielleicht kommt sogar noch dieses Jahr Gamescom-Vlog. Ja, Katja hat ja immer noch nicht ihren 2018-Gamescom-Wiederkuchenladen. Pass auf den Typ gehen, auch wenn es seltsame Hits gibt. Laufen, der Typ hat Track. Nee, das ist nicht Laufen. Der Typ hat nämlich Anti-Knock. Und Stärke. Ja, aber er hat mich mitgehealt und ich werde hier jetzt gerade abgestaut. Ja, komm, Vacation. Nicht mal ne Ahnung, welchen Markt das ist. Komm, Kass. Piezer. Leute, wenn ihr auch wollt, dass ich auf die Twitch-Startseite komme... Alter, wer tickt da gerade diesen fucking... Ah ja! Also, wenn ihr der Meinung seid, dass ich auf Twitch auf der Startseite landen müsste, schaut mir auch mal an Twitch herbei und promote dich überall, wo man mich promoten kann, Luli. Weil ich meine, Ress hat ja schon gesagt, ich bin Abo geil, ne? Denk einfach immer daran, zäh wie Leder, hart wie Krupp-Stahl. Dankeschön, tschüss. Das finde ich halt so lustig. Arbeitet bei Thüsen-Krupp. Aha. Okay, ich glaube, ich sage einfach wirklich absolut gar nichts mehr von jetzt in der nächsten Runde angekommen, weil das habe ich die letzten acht Runden schon nicht mehr gemacht. Mach gerade etwas. Ich mach gerade etwas in der Auf... Ja, ich habe die Adresse von Twitter. Ich fahr mal kurz bei der vorbei und dann geht's los, los, los. Wasser weg. Er ist tot. Hast du was zu futtern, zufällig? Wenn du mehr brauchst, du DM me on Twitter, ne? So, sollen wir den Fight taken oder wollen wir den Fight taken? Hast du zufällig noch Diaz? Wie viele willst du noch haben? 2. Ja, nee, nee. So wird natürlich nix, Tim. In die Mitte kommen. Junge, lass mir doch mal Zeit. Ja, alles kompliziert. Weil da unten... Den ich mich gerade eventuell... Äh, ungewollt... Ja, der Typ hat Stärke. Hä? Lol. Tim, hast du mir auf Ehre jetzt Primi eben gekauft oder was? Wer weiß, mich abgefuckt hat. Ehre. Ach so, ganz kurz wegen der Geschichte mit dem, wer Bock hat Cutter zu werden, soll ich mir anschreiben, wer Bock hat für mich Stream-Highlights zu cutten, also eigentlich so irgendwas in die 20, 25 Stunden Footage wahrscheinlich zusammen zu cutten. Äh, meldet euch einfach mal, Kappa. Ich überlege, ob ich, ähm, einfach den Stream von gestern schon allein, weil, weil's Donation-Eskalation-Stream war. Allein darf ich ja daraus Highlights mache, aus dem einen Stream jetzt nur. Äh, lass mal nach oben bei uns so ein bisschen. Nein, nein, da wird dir echt schlecht. Äh, der Typ hat fucking Miner, willst du mich verarschen? Ah, schau. Wow. 2v1, das wird lustig, das wird ein echt lustiger Hase. So, ich seh's kommen. Ich fälle jetzt beim Passputsch und ich belegte das, belegte. Ne, schade. Yo. Wow. Achtung. Lol. Hast du? Ich hab den Ping gesehen. Alter, ich hab nur grad so den Ping da langlaufen, wie das klingt, ich hab den Ping da langlaufen sehen. Alter, schon wieder so einen Spaß, der mit Rot abfuckt und denkt, der wäre cool. Ich bin der Meinung nach, 25 Minuten wäre erstmal eine langsam Zeit, weil 24 Minuten sind 24 Minuten, Digga. Ja, Nick, ich hab keine Websele. Äh, der Typ ist, der Typ ist tot? Hä, wie hab ich denn noch den Kill auf ihn bekommen? Wir sind überhaupt, gelle. Nick, ich bin hier grad bei so einem Dude. Ja, ich stand wahrscheinlich der letzte Dude. Gelle, komm mit. Ja, Alter, nein. Es ist einfach nur so fucking traurig. Ja, 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 ja. Wie kann man so einen Spaß zahlen? Alter, man kann ja gerne wegrodden, aber du kannst nicht einfach dein fucking Leben. Nur eine halbe Stunde. Ja, Mann. So, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like, Kommi, Abo, ihr tut es da. Schaut gerne auf meinen Twitch und meinen Socials vorbei. Tim, willst du noch was sagen? Bis zum nächsten Mal. Sehr schön. Bis dahin. Ciao. Eine Minute, 37 Sekunden später. Lass auch noch chill sagen, wenn du willst. Bye, bye.